guten morgen allerseits herzlich willkommen zum trading tipp in den usa ging es gestern doch zum teil etwas deutlicher nach unten auch der basiswert den wir uns heute herausgepickt haben leicht im minus aber nichtsdestotrotz halten wir oder haben wir diesen wert herausgefiltert und zwar handelt es sich ummeter warum wir sehen hier diesen kurzsprung nach den zahlen von 210 dollar auf fast 240 dollar ein sogenanntes price oder power earnings gap das heißt dass nach den zahlen eben die aktie eine kurslücke aufgerissen hat und im anschluss dass es so typisch konsolidiert die aktie jetzt im bereich von 240 und es ist sehr häufig so dass aktien mit so einem gap dann nach einer kurzen konsolidierung weiterlaufen sie werden die aktie auch in unserer nächsten titel story beim aktionär lesen das sei schon mal so viel verraten aber da haben wir natürlich nicht nur meter gefunden sondern auch noch einige andere deswegen hier schon mal seien sie gespannt was sie da ja für sich herausfinden können also hier noch mal der längerfristige chart da sieht man natürlich so ein gap nicht da im linien chart da hat man dafür solche solche langen striche genauso wie hier eben anfang 22 als die aktie massiv eingebrochen war auch hier das war ein gap und wir laufen da jetzt langsam rein in dieses gap und das macht die aktie natürlich noch interessant weil solche gaps irgendwann vielleicht auch geschlossen werden dann hätte die aktie hier luft bis in den bereich von 300 dollar ganz so weit wollen es kurzfristig jetzt nicht haben wir würden uns auch mit 260 270 zufrieden geben deswegen auch ein faktor zertifikat unseres partners morgen stanley die md 8 7 h m kostet aktuell 13 58 der faktor ist drei der stopp ganz gewohnt bei 12 euro 20 gestern hatten wir auf den ausbruch von siemens spekuliert kam jetzt noch nicht zustande aber wir sind nahe dran 150 ist dieses diese hürde die wir überwinden müssen dann hätten wir luft bis 160 der schein ist natürlich nachdem wir gestern ja so eine art fehlausbruch hatten leicht im minus aber immer noch ja alles drin 6 65 in polen aktuell 6 40 der schein läuft und wenn der wenn die fett heute abend mitspielt und die ecb vielleicht morgen auch dann dürften wir hier durchaus üppige gewinne sehen das war schon wieder von mir ich wünsche ihnen gute kurse und bis morgen macht es gut und bis heute auf mein Glück und bis heute abend mit der fett heute abend bau und bis heute abendet mit dem abendet mit dem abendet mit dem abendet mit dem